Satyr spreche ich eigentlich manchmal Leute auf der Straße an. Warum sollen mich Leute auf der Straße ansprechen? Ich kenn doch keine Sau. Bist du. Ich meine, die wissen nicht mal wie der aussieht. Echt, das einzige woran ich vielleicht erkennen könnte, wäre die Stimme. Aber ich rede jetzt nicht mit jedem, den ich auf der Straße sehe. Also daher... Und wer würde schön aber hat so ein gutes Gehör, dass er unter so übelst vielen Stimmen in einem Laden jetzt zum Beispiel Satyrs Stimme erkennen würde. Ja, das ist natürlich auch noch ne Sache. Ich denke nicht, dass irgendeiner meine Stimme jemals raushören wird. Ich hab dir ja gerade gesagt... Ich sag mal so bei Stimmen wie Allotricks. ...mit der Figur von Bolt bestellen, aber gibt's halt nur in Amerika und die kostet 200 Euro. Mit Bolt? Meinst du? War das nicht dieser Hund? Ja, äh... Ich weiß nicht... Auch Lapis, auch Lapis. Von Dingsbums hier, vom Hauptcharakter, den man eigentlich spielt. Ich hab vier Lapis. Ich hab gar keinen Lapis mehr. Ich hab acht Blöcke oder so. Ich kann dir über elf Blöcke Lapis geben. Ich hab elf Blöcke Lapis, right? Ich hab vier Team Stacks. Ich hab vier Team Stacks. Von Lapis. Ich kann dir was geben, Rixis. Ja. Äh, ja. Okay. Ich bin bei... Mal hier. Ich bin hier auf der Straße. Gute Beschreibung gleich bevor... Rixis ist so immer auf der Straße. Obdachlosen live halt, ne? Forever. Ähm... Alter. Jetzt wird er richtig beschmissen, Alter. Rixis, du wirst angespritzt. Sooo, Schleszuch. Sooo, Schleszuch. Ja, angeschissen. Sooo, Schleszuch. So, Schleszuch. Wer möchte Karotten haben? Warum redest du Schweizerdeutsch? Ja, ne, das ist dieser ein Insider von diesen einen bestimmten... Ich will dich auch sprechen, ne? FSK, ne? Achso, ne? Ist das denn ein Schweizer YouTuber oder was? Erkennst du das nicht, Stefan? Was denn? Was denn? Dieses... Hojo, so, Schleszuch. Kennt das nicht? Oh, Schleszuch. Ja, ja, ich glaub. Ja, ja, den weiß ich. Okay. Okay. Wer ist das? Keine Ahnung. Erkennst du nicht? Nee. Als ob du den nicht kennst. Er sah mir grad überhaupt nicht. Er hat selber nachgemacht. Ich hab's dir nur nachgemacht. Ja, ich auch. Ich schick dir das mal nachher mal. Das ist richtig geil. So wie das mit der alten Oma da im Zug. Eine Spende! Eine Spende! Was du mir da geschickt hast, alter WTF? Was ist das? Ja, das ist so geil. Eine Spende! Eine Spende bitte! Eine Spende bitte! Alter, das war so... Denk ich mir so, alter WTF, Mann. Was ist da? High-Otherize geschrieben, dass er das in der Zukunft sein wird, eigentlich. Ja, vielen Dank, vielen Dank. Er wird auf jeden Fall eine Frau sein. Ja, eine alte Oma wird er sein. Das kommt mit der Zeit. Ja, und dann geht er in den Bus. Das ist so, bei ihm ist das so wie mit Benjamin Button. Nur Geschlecht rumwandeln. So später... So später... So in... Weißt du was ich? So in 10 Jahren, wenn er mich so auf der Straße sieht und ich das ernsthaft mache. Da kommst du so zu mir. Das erste Mal siehst du mich in deinem Leben. Das erste Mal, was du sagen wirst. Ja, Mann, alter! Ich hatte Recht! Yes! Ich wusste es! Ich wusste es! Ich wusste es! Ich hab's immer gewusst! Ja. Das werden meine Worte sein. Ja, ich glaube eher meine ersten Worte, die wären, wenn ich die sehen würde, wäre... Scheiße, bist du hässlich. Oh Gott, meine Augen! Was machst du in meinem Haus? Meine Augen! Meine Augen! Drei... 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 Guck mal, der hat... Unendlichkeitsbogen. Guck mal, der hat... Guck mal, der hat... Unendlichkeitsbogen. Warum nicht? Ich hab meinen Bogen repariert, Alter. Der hat einfach... Passt gar nichts mehr. Bam. Gedankeflosse, wie viel Schaden macht das? Guck mal, Rysixx, Rysixx. Guck mal, hier waren schon ein paar zufriedene Kunden, die über meine Brücke gelaufen sind. Weißt du, du sagst es zu mir, die ist sinnlos. Aber hier waren gerade ein paar zufriedene Kunden, die meine Brücke genutzt haben. Hier, Gedankenflosse und Agent Sushi. Wie gefiel euch der Weg über meine Brücke? Der war doch sehr schön und angenehm, oder nicht? Ne, der war beschissen. Was? Der war richtig ungemütlich. Meine Füße haben voll wehgetan. Da kann ich nichts für, wenn du so eine Plattfüße hast. Wurde er aus dem Spiel ausgeschlossen. Ey, ich kann nichts dafür, dass in deren Kindheit die Schaukel zu dicht an der Wand war. Okay, da kann ich auch nichts für. Okay. Weißt du, so geht Stefan mit Kritik um. Kritik... Einfach so, so einfach geht's. Weißixx, du kennst mich, ich bin YouTuber. So sind wir alle. Kritik... Boah, Alter, ja. Kritik, Alter. Gibt's nicht. Entweder Fans oder Hater. Mehr gibt's nicht. Mehr gibt's nicht auf der Welt. Ja. Ist doch so, ist doch so. Ich fand einfach alles perfekt, aber ich fand eine Sache nicht so... Und gebannt. Gebannt und blockiert. Ich finde, du hast eine sehr angenehme Stimme. Nur du übersteuerst ab und zu. Gebannt. Gebannt. Ja, mich beleidigt, Mann. Wir übersteuern dich. Wenn irgendetwas, irgendetwas Kritisches sagt auf YC, dann wird direkt... Ja. Ungeheult. Ich bin sogar auch schon bei manchen YouTubern gebannt. Das ist total lustig. Ernsthaft? Ja. Ich hab mal, glaub ich, bei irgendeinem mal gefragt, ist das Spiel nicht indiziert? Davon ist überhaupt ein deutsches Spiel. Ich glaub, das war bei Dead Rising 4. Das hatte ich bei irgendeinem YouTuber reingeschrieben. Da wurde ich dann gebannt. Warum auch immer. Alles klar. Auf jeden Fall ein fetter Banngrund. Ich bin auf jeden Fall da jetzt gebannt. Aber was ich cool fand, da hab ich... Ich glaub, bei Mr. Morve oder das hab ich reingeschrieben. Weil ich dachte wirklich, das Spiel wäre indiziert in Deutschland. Dead Rising 4. Aber nee, das ist ja jetzt sogar... Hä, Mr. Morve hat dich gebannt dafür? Nein, nicht Mr. Morve. Der hat mir sogar geantwortet. Nee, das Spiel ist jetzt freigegeben. Deswegen spiel ich das auch. Hab ja auch im ersten Part nochmal vernünftig erklärt. Warum erwinnst du's dann? Weil ich's einfach nur sagen wollte. Ich sag nur, dass er das... Dass ich darauf geantwortet habe. Und ein anderer YouTuber hat mich dafür gebannt. Ich weiß... So, das meinst du. Ja. Und ich weiß halt echt nicht, warum. Weil das war einfach nur... Okay. Und später hab ich doch nochmal reingeguckt, ob er mir geantwortet hat. Oder so, ein bisschen in den Kommentar reingegangen. Hab gesehen. Oh, mein Kommentar wird gar nicht mal angezeigt. Das gibt's gar nicht mehr. Hab ich genug, was Neues reinzuschicken oder so? Geht nicht mehr. Egal. Okay, das sieht kacke aus, wenn ich ehrlich bin. Ich bin gerade... Wie hab ich das hier hinten gebaut? Genauso. Ein Abstand. Dann hier. Und dann so. Hm. Hm. Hast du noch was zu essen? Oder ähm... Agent? Was? Das fällt niemanden auf. Was? Da... Wie lange nicht? Oh, danke schön. Irgendwie finde ich das, wenn Gewitter in Minecraft ist, finde ich es viel angenehmer zu spielen. Ich finde Gewitter in real life geil, wenn du... Ja, mag es nicht. Wenn du drinnen bist und draußen Leute siehst, die durch den Regen rennt. Das ist immer total angenehm. Wie ich finde. Bist du richtig so? Ja, Mann. Ich weiß genau, wie du dich gerade fühlst. Ich weiß, wie du dich fühlst, du kleine Losche. Ey, das ist aber echt total angenehm. Ich mag das übelst, wie ich zuhause sitze und es draußen regnet. Das finde ich total angenehm. Das ist schön. Ganz ehrlich. Das ist echt schön. Du sitzt so drinnen im Trockenen, guckst aus dem Fenster, siehst die Leute durch den Regen rennen und du sitzt da und denkst dir... Ihr Pisser. Wie kann man nur so sadistisch sein? Rysix, ich habe viel mit Menschen gemacht, deswegen. Ich kenne viele. Ach ja, stimmt. Ich kenne dich ja schon seit... Ja, siehste. Ja, siehste. Ja, wir kennen dich ja. Ja, siehste. Leider kennen wir ihn so gut. So wird man in einer Zeit. Das ist ein bisschen Schala mit dir sehr schön bedient. In dieser... Ich weiß, ich bin auch stolz drauf. In diesem Projekt. Weißt du, es gibt Leute, die sind Arschlöcher, aber geben es nicht zu. Bei mir ist es so, ich bin ein Arschloch und ich bin stolz drauf. Ich bin ein Arschloch und ich bin stolz drauf. Bei mir ist das auch so. Ich bin ein Arschloch und ich bin stolz drauf. Es ist geil. Ein Arschloch zu sein, es ist geil. Richtig dreckig und kümmerig. Kennst du das Lied? Das hab ich auf CD. Das hab ich auf CD. Ich weiß ja nicht. Eine Frage. Guck mal, wie viel Schaden macht mir dein Schwert? Das hab ich auf CD. Mein Schwert. Echt? Meins. Das Video ist total rollig, aber das Lied ist ein Ohrwurm. Wenn du das öfter mal gehört hast, das ist ein richtiger Ohrwurm. Was hast du für einen Schaden, Alter? Eigentlich 8,5 Damage. Oh mein Gott, mein ganzes Ohrschloch ist fast kaputt. Boah, neue. Meine Rüstung hält noch einen Schlag vielleicht aus. Du musst sofort neue Rüstung machen. Wär nicht schlecht, ne? Das wär Indertat nicht so schlecht. Indertat? Indertat. Oh eins, zwei, drei, vier, fünf, da hin. Ey, nix gegen Inder. Inder sind cool. Ist echt so. Inder sind richtig. Inder 3 Millionen. Machen die besten Telefon-Outlines. Alter. Alter. Hast du auch schon mal bei der Telefon-Outline angerufen, Junge? Guten Tag. Ich bin der Inder. Und dann kommen die so mit. Ja, wie heißen sie denn? Ich bin Steve. So. Ja, natürlich bist du Steve, Digga. Ah, nice, Digga. Okay. Ich bin am Javondai-Gadagombai. Wow. Hallo, guten Tag. Mein Name ist Rajesh Mantala. Ja. Ja, geil. Wir sind grad ein bisschen rassistisch, Leute. Lass es mal nie mehr. Ne, das ist witzig. Schöne Grüße an alle indischen Zuschauer da draußen. Ja. Alle Inder. Inder hat so tausende. Von den 9000, die seine Abonnenten sind, sind 8000 einfach Inder. Die einfach Indien. Ja, sicher. Sie muss ja Hotlines betreiben, oder? Wow. 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 Ich hab fast nichts mehr. Wow. Wow. Schön. Wir würden das einfach fast alle gleichzeitig gemacht haben. Stefan, Stefan, hast du noch ein paar Dias? Stefan. Dafür, dass ich dir das Ei gegeben habe. Ich hab's weggegeben. Ich hab ein geiles Schwert. Robin, kein Warte. Ich will mein Schwert geben. Weiß nicht, du kennst doch meine Antwort. Auf die Fresse kannst du an. Wie viel, ähm, Schaden macht er? Also, wie war das jetzt? Da war ein Block frei, dann kommt der und dann so. Ich brauch Diamanten. Stefan, du hast doch 30.000 Stacks. Aber auch nur für neue Leute. Und du stinkst schon, als wärst du länger dabei. Ich bin neu. Satyr? Du kennst mich doch gar nicht. Ich bin ganz neu. Ich bin jetzt seit heute dabei. Achso, das stimmt ja irgendwie. Ähm, Satyr? Wie viel macht mein Schwert Schaden? Weiß ich nicht. Mein Schwert Gewitter. Alter! Alter! Halbes Herz. Echt jetzt? Ja. Ja, okay. Du bist da explodiert. Sag's ihm nicht, ähm, ich glaub dir nur die Stuff. Wenn man unter was das liegt, verliert man weniger Luft, ne? Ah! Musste ich nicht. Echt jetzt? Echt. Was? Echt jetzt, Mann? Uhhh! 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 Komme das nur so vor? Wie mach ich eigentlich einen Heilungstrank? Achso, ich hab Atmung 3 auf meinen Helm! Achso! Ach, deswegen kann ich so lange unternehmen. Da hab ich grad total gewundert, Alter. Ich dachte so, hey, vielleicht könnte ich noch stehen bleiben. Stefan, jetzt teile mal ein paar Dears aus hier. Nein! Und einen Tee. Und dann hast du eine Heilungstrank. Jo, Sati. Kannst du mal Dears geben. Pisst euch, ihr Geier, Alter. Was ist die Geier? Du hast über 36 Blöcke in deiner Ender Chest. Ja und? Du kannst die gebrauchen kannst. Ich verteil die hier nur an Leute, die neu dabei sind. Willst du mir jetzt ernsthaft sagen, dass ich jetzt im Parten was weiß ich was jetzt ernsthaft auf Stufe 10 gehen, wo du so Dears farmen gehe oder was? Mach das! Los! Nein, Mann! Los! Ich hab gar keinen Fall. Ich hab gar keinen Fall. Bist du einfach zu abgehoben dafür? Ja, Mann. Ich bin zu abgehoben. Ja, Mann. Aha. Ja, Mann, weiß! Ich hab Sprite, 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 Mann, weiß! Was? Alles klar, Deine. Zum Teufel! Alles klar! Auf jeden Fall nackt! Ich wär Spritze! Nein, Mann, Sprite, Mann, weiß! Weisch, man weiß! Ich hab sprite, Mann, weiß! Mann, weiß! Mann, weiß! Mann, weiß! Weisch, Mann! Ich hab Spite, Bach! Ich weiß dran! Oh, mein ich weiß! Wasserläufer, what the fuck? Wieso habe ich das bekommen? Ich habe Federfall 2. Hat jemand einen Heilungstrank für mich? Sowas gibt es nicht. Das ist nur ein Gerücht. Hinter dir. Warum ist das so ein blödes Loch? Weil das eingehört. Das ist Deko. Deko. Wow. Die Lampe ist kaputt. Okay. Die war schon so kaputt, als ich gekommen bin. Achso, weil er die kaputt gemacht hat. Bist du aber noch nicht fertig mit den Lampen, ne? Also fehlt noch eine Menge, wenn ich hier so rumrenne. Nein, sie sind fertig. Die sind fertig, sagst du? Ja, bezahl mich und dann mache ich weiter. Bezahle, ey. Schon was von ehrenamtlicher Arbeit gehört? Mach hier alles umsonst hier. Und du willst nicht mal, weißt du, der König dieser Map will nicht mal ein paar Diamanten seinen Untertanen schenken, die für ihn hart arbeiten und die Stadt verschönern. Ach, weil die Schnauze ein niederes Volk. Mach mal die Haas ab. Hier, drück mal ein paar Dias ab, ale. Oh, Mann, weiss. Ihr seid doch nur zu faul, in die Mine zu gehen, ihr Splasher, ey. Geh mal alles schön mit einem in die Mine. Oh, Mann, weiss. Oh, Mann, weiss. Oh, Mann, weiss. Oh, Mann, weiss. Wir jagen jetzt den König. Wo ist der König? Bin ich das? Bin ich das? Also bin ich. Bin ich das? Bin ich das? Bin ich das? Weiß ich nicht. Ich muss zum König. Kannst du welche importieren? Warum musst du zum König? Willst du etwa... Nein, dass du halt Texture Packs so wie Specs oder so auf der Konsole benutzen kannst. Das wäre nicht schlecht. Specs. Hör auf zu sneaken. Spacks. Weißt, dass du hier bist. Du kannst mich nicht sehen. Ich bin unsichtbar. Rysix, Rysix, Rysix. Ich seh dich nicht, du siehst mich nicht, okay? Du musst jetzt gehen. Du kannst mich gar nicht sehen. Du kannst mich einfach nicht sehen, weil ich dich auch nicht sehe. Lodendilla. Pssst, seid einfach leise. Leise. Geh nix in den Moment. Oh, deine Brücke ist es doch am schönsten, oder? Drei, vier, fünf, sechs. Ja, Rysix, für dich ja. Du fühlst dich hier heimisch, ne? Dein natürlicher Lebensraum. Der natürliche Lebensraum. Der natürliche Lebensraum eines Rysixix unter der Brücke. Der natürliche Lebensraum eines Rysixixix unter der Brücke. Ja. Wir haben immer wieder was gelernt, Kinder, ne? Oh, verdammt. Ja, Stefan, jetzt gucken wir mal, hat irgendjemand Dias für mich? Nein! Nee, ich hab auch keine. Ich hab nur noch zwei. Ich hab auch keine mehr. Oh, oh. Ich hab nur noch acht Blöcke. Jetzt siehst du das ja auch nicht so, ne? Ich hab nur vier Stück für meine, äh, für meine Hose. Alter, warum, warum komm ich da alle angekrochen, Alter? Ich hab doch gesagt, die gibt's nur für Leute, die neu dabei sind. Wenn dir Farmen, Rysixixix, wenn dir nur vier Stück fehlen. Möcht's mal? Ja, also wenn ich jetzt runtergehe und drei Stunden lang farben gehe für vier Dias. Ey, Mann, ich hab schon mal, ich hab schon mal Dias gefunden. Ich bin einfach mal in die Hölle gelaufen. Stefan, warst du da, oh mein Gott. Hier war locker ein Creeper, Alter. Wer hat den Creeper zu... Ja. Doch, doch, wer hat den Creeper hier zum Explodieren gebracht von deiner Haustür? Ey, Stampi, wie machst du nochmal die Dinge ins... Hier ist ein Creeper von deiner Haustür explodiert, Stefan. Von meinem neuen Haus oder mein alten Haus? Von deinem Haus. Welches Haus? Ich hab viele. Von deinem alten Haus. Von deinem ersten Haus ist ein Creeper explodiert. Ey, nee, nee. Das nennt man Karma, Alter. Echt mal, Alter? Warum muss ich dann dauernd für deinen Scheiß Karma bezahlen, Alter? Was ist das, Mann? Alter. Ach du meine Güte, dein ganzes Haus ist weg. Ey, zeig mal. Oha, Digga. Muss man schon. Der Balkon. Oh, die steht, Digga.